Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot? Das bestätigte seine Agentin der Deutschen Presseagentur. Elmar Wepper wurde 79 Jahre alt. Der am 16. April 1945 in Augsburg geborene und in München aufgewachsene Künstler gehörte zu den bekanntesten und populärsten Darstellern des deutschen Fernsehens. Wir sind unendlich traurig, sagte seine Agentin als Reaktion auf den Tod Weppers. Wie Nachrichtensender bereits berichteten, sei der Schauspieler am Dienstagmorgen plötzlich umgekippt. Todesursache sei Herzversagen. Elmar Wepper wurde am 16.4,1944 in Augsburg geboren. Der Vater blieb im Krieg vermisst, die Mutter zog ihre beiden Söhne alleine groß. Mit 14 bekam der erste kleine Rollen, der große Bruder Fritz brachte ihn zur Schauspielerei. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam, etwa in der Komödie 3 unter einer Decke. Nach dem Abitur studierte er fünf Jahre Theaterwissenschaft und Germanistik an der Universität München. Daneben synchronisierte Wepper weiter und lieh seine Stimme im Laufe seiner Karriere unter anderen Mel Gibson, Ryan O'Neill und Dudley Moore. Elmar Wepper wurde unter anderem mit Deutschen Filmpreis 2008 als bester Hauptdarsteller für seine Verkörperung in Doris Deris Film Kirschblüten, Hanami ausgezeichnet. 2019 erhielten die Wepper-Brüder den Bayerischen Filmpreis für ihr Lebenswerk. Damals sagte er, natürlich ist es mir klar, und das spüre ich ja auch, dass jetzt irgendwo hier die letzte Kurve kommt, und dann geht's noch A Stück R geradeaus und dann ist irgendwann für jeden das Zielband erreicht. Aber ich blende es nicht aus. Wepper hinterlässt einen Sohn und seine Lebensgefährtin, der im März 2004 heiratete. Sein Privatleben hielt der Vater eines Sohnes aber stets abgeschottet von der Öffentlichkeit.